Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute reagieren wir auf ChaosFlow44, mehr Werbung ans Hinhalt von Waspel hier bei Elven. Hallo meine treu und Jünger des heiligen Giraffen Gottes, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es wurde sich oft gewünscht und nachdem ich mich schon durch so manche YouTube-Ecke gekämpft und mächtige Gegner bezwungen habe, befassen wir uns heute mit dem YouTuber ChaosFlow44. 24 Stunden. Ich mag ihn nicht. Und Bowling mit Easy. Weil er so schnell redet. Die? Ja, ähm, 2016 hat angerufen, die wollen ihre Trends zurück. Aber gucken wir mal rein. Hey Leute, coole Neuigkeiten, denn von Samstag... Und mit seinem Team Melone, das geht er mir umsack mit seinem scheiß Team Melone. Hey Team Melone, Team Melone. Geh mir nicht umsack mit deinem scheiß Team Melone, vollidiot. 15 Uhr bis Dienstag, den 3. März, 12 Uhr, schon alle Tags der offensichtlich Team Melone-Tour. Ich möchte ihn nicht live sehen. Ich mag ihn nicht. Gesicht auch komisch. Um 30% reduziert. Also seien schnell, nur jetzt einmalige Aktion. Warum redet diese Melone so aufgeregt? Das frage ich mich auch immer. Was ist das für ein Affe? Hat er Speed genommen oder was? Das ist also viel und so schnell. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert. So muss Werbung aussehen. Vielleicht sollte ich das auch ausprobieren. Hey Leute, coole Neuigkeiten. Denn von heute, Sonntag 17 Uhr bis... eigentlich immer... ist der Zugang zu meinem Instagram, Twitter und Discord-Server um 100% reduziert. Also schlagt jetzt zu und folgt mir auf Instagram. Geht auf den Discord und lest meine Tweets. Wenn ihr schnell genug seid, erhaltet ihr noch zusätzlich dazu ein kostenloses Nichts, mit dem ihr nichts machen könnt, weil es nichts ist. Wooo! Hat's funktioniert? Oh yeah! Das ist wiederum der Chaosfuhl und Willkommen heute zu AIDA! Gott, ich... Der redet so schnell. Meine Ohren, die müssen trainiert sein, um ihm zuzuhören. Was ist das für eine Scheiße? Wo bin ich hier gelandet? Ich weiß, das frage ich mich auch. Aber ich möchte einfach wieder gehen. Leute, wir haben uns heute, weil wir alle so dicke miteinander sind, zu einer Runde Bowling verabredet. Hier! Und mich habt ihr nicht eingeladen? Also das verletzt mich jetzt. Ich dachte, das mit uns wäre etwas Besonderes. Er sagt so, oh, na gut, dann dreh ich mich halt einfach um und guck mich hin. Ah, wir können rein! Yeah! Oh, wir können nicht. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich mich auch sofort umdrehen. Ja! Wooo! Ja, ihr freut euch, aber ihr habt euch einfach in diese Bowlingbahn gemogelt, ohne den armen Besitzer zu bezahlen. Ich meine, guckt euch um, der hat doch sowieso keine Besucher. Wie soll der seine zwölf Kinder ernähren? Also moralisch ist das hier ganz schwierig. Hat er uns einfach reingelassen, ohne dass wir was bezahlen müssten? Oh, yummy Pizza! Kein Spaß, Tobes! Das sind die, das sind die Dings, äh, wie, wie, wie würde man sagen? Wie sagen die Leute heutzutage? Ehrenbruder! Ehrenbruder! Was hat der für ne... Nie... Was? Was ist das für ne hässliche Lache? Niemand redet so! Also hoffe ich. Ist halt so. Wer sagt Ehrenbruder? Okay, wie mache ich das jetzt? Du gehst hier! Der Ehre sagt jetzt einfach nur gescheuert. Hin? Ja? Und du kannst die Kugel werfen, aber die, 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 die richtig komische Physik... Also auf, 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 auf Kuh werfen, oder wie? Äh, nee, ich hab recht, probier mal, wenn ich, dann ist die Kuh, ich bin mir nicht ganz sicher. Lauf mal und BAM! Nee, warte mal. Mal kriegen nochmal. Werfst die Kuh? Du habst ne Kuh! Nee. Also es ist beeindruckend, mit was für einer Selbstsicherheit Chaosfloh sein Halbwissen verbreitet. Aber warum können sich diese YouTuber nicht 5 Minuten Zeit nehmen, um sich mit den Maps zu beschäftigen, auf denen die spielen? Ich meine, so ein bisschen Qualität wäre bei 1,2 Millionen Abos schon angebracht. So, aber nach 3 Minuten haben die dann auch endlich verstanden, wie das Spiel funktioniert und der Spaß kann beginnen. Und ist drauf! Oh! Okay! Ah! Ja! Spannung pur! Oh! Ha! Flo, da! Nein! Du hast den Schlimmsten, Alter! Nein! Oh, Hilfe! Anscheinend hat sich Flo so darüber geärgert, dass er sich spontan in ein Mädchen verwandelt hat. Nein! So was kann passieren. Ey, Tops, lass mal das trinken bestellen hier, ja? Kein Spaß, ey! Ich hab grad wirklich... Wo, 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 wo ich... Wo ich die, wo ich die Bedienung hier... Ernsthaft, was hat der für ne Lache? Die ist nicht mehr ansteckend, die ist einfach nur traurig, sich anzuhören. Und diese Geschreie geht immer auch im Sack. Die Bedienung muss entlassen werden, da sich der Besitzer keine Angestellten mehr leisten konnte, weil ihr euch weigert, ihn zu bezahlen. Das ist alles eure Schuld. Wegen euch ist Bob jetzt obdachlos. Ich hoffe, ihr fühlt euch schlecht. Ich kenn nicht mal nen Bob. Aber wir müssen wirklich in den Renewald-Bolling gehen. Ladet ihr mich dann wenigstens dazu ein? Sonst bin ich echt beleidigt. Ich will doch auch nur bowlen. Oh, okay. Ich glaub, ich könnte doch nen Spare schaffen, doch. Ja? E-e-ein Spare-Rip? Ja, dann musst du... Hm. Aber ich glaub, so ne Maps sind nicht schlecht in Minecraft, oder? Weiß nicht, wie das ist. Also der Witz ist schlimm genug, aber dass Izzy gefühlt drei Jahre braucht, um den zu kapieren, ist ja noch schlimmer. Ich bin absolut enttäuscht. Und wenn wir gerade dabei sind, kann mir irgendjemand erklären, warum vor allem die Audio von Izzy so leise ist? Teilweise versteht man die kaum. Haben die es einfach nicht hinbekommen, nach elf Jahren YouTube-Erfahrung die Audio richtig einzub... Seit 2009 macht er YouTube, aber Videos macht er erst seit 2012. Ich versteh den nicht. Jun Vincent, also mein anderer bester Freund, streiten uns immer, dass er immer angeblich seit 15 Jahren YouTube macht. So ein Scheiß. Oder legt das an mir? Vielleicht werde ich auch einfach alt. Wer weiß. Hey, guck mal, hier ist es mit. Ist das sogar Kloß? Wisst ihr, man muss sich einfach über die kleinen Dinge im Leben freuen, auch wenn es nur Kloß in Minecraft sind. Was guck ich hier? Ja, aber Leute, das ist echt nicht einfach hier. Also mit der Kugel, das ist nicht einfach alles zu hinten. Also, das ist schon echt schwierig. Ich meine, man muss auf einen Ball hauen. Das ist schon fast eine Wissenschaft für sich. Oder Chaos-Flow redet einfach irgendein Müll, um seinen Zuschauern zu suggerieren, dass da irgendwas Spannendes oder Aufregendes passieren würde. Sucht's euch aus. Warte, ich muss es sein wie so ein Kommentator. Bitte nicht. Ein starkes Schlag von der Seite von Easy-Cheesy. Sie holt aus, sie macht den Schluck, äh, den Schluck. Sie verfehlt, oh ne, sie verfehlt nicht, sie hat getroffen und sie hat trotzdem verfehlt. Also, wie viel Bullshit kann man in 8 Sekunden von sich geben? Wenn das so weitergeht, verdumme ich, durch diese Videos kommt. Dann mach ich auch. Deswegen, deswegen guck ich mir diese Videos auch nicht an. Von Chaos-Flow 44. Und deswegen generell, wenn Easy-Cheesy-Videos mach, guck ich mir nie Videos an, wo Chaos-Flow 44 dabei ist. Nur noch so komische Minecraft-Videos. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ey, kennt ihr das Video, wo so eine Frau, äh, ne, boll, guck ich werfen will und dann trifft sie den Bitch. Ja, oder wo er einfach an der Decke will. Ja, okay. Und wo er die einfach hinterm Kopf runterfallen lässt. Sag mal, worum geht es in diesem Video? Da ist kein Konzept, kein Leitfaden, keine Story. Die spielen einfach Bowling in Minecraft und reden absoluten Unsinn. Und das 23 Minuten lang. Am Cut. Wir sind gerade mal bei der Hälfte. Und was das jetzt mit 24 Stunden zu tun hat, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wollte Chaos-Flow einfach nur irgendeinen Trend mitnehmen, um Klicks zu machen. Juhu. Das ist so. Nein! Und es wird wieder rumgequietscht. Aber hey, gegen Ende wird das dann noch richtig spannend. Da werden Intrigen gestrickt und Spieler hintergangen. Ich mach dir jetzt ein Essen wahr, ne? Okay, komm, Tops. Wow, Flo, wow. Das ist ja fast wie in Game of Thrones. Ich bin absolut gespannt, wie Tops sich rächen wird. Nicht. Oh, ist das? Nicht. Easy, ich hab, ich hab immer an dich gedacht. Ey, ich hab immer nicht geglaubt. Danke. Glückwunsch. Leute, lasst ein Like da. Das, das war's. 23 Minuten meines Lebens für das Minecraft-Bowling. Mehr nicht? Ey, ich will nicht mehr. Ich sollte mir ganz dringend Hobbys suchen. Genau, Hobbys suchen ist nicht schlecht. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren, wenn ihr auch Bock habt, Chaos-Flow nicht zu unterstützen. Wenn ihr auch Fan von ihm seid, bitte hatet mich nicht dafür. Das ist nicht mein Video, aber man darf wohl hier immer noch meine, seine Meinung sagen in Deutschland, oder? Hier ist der Flow. Ich sag ciao.